Yo, hallo und herzlich willkommen zu Real Talk Now. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute zeige ich euch einen kleinen Ausschnitt, also ein Video von Corona-Klitsche. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ja, die haben einen richtig lustigen oder auch tollen Fan-Marsch hingelegt. Hat mir wirklich sehr gefallen, als mir ein Kollege das gezeigt hat, dieses Video. Ja, kennt ihr dieses Video? Stimmt oben mal ab. Habt ihr das Video schon mal gesehen? Und wie gefällt es euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Go, go, go! Geh der, Mann! Geh der, Mann! Geh der, Mann! Wohooo! Was ist denn? Nein, nicht mehr. Hey, groß ist es, Mann! Geh der 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 Mann! Korona! 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 Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Das war's.